Mama? Ja? Ich bin jetzt erwachsen. Ach ja, ist das so? Und warum? Ich kann mich selbst verarzten. Du kannst dich selbst ver... Was meinst du? Was zum Teil hast du gemacht? Ich sag doch, ich hab mich selbst verarztet. Ich kann das, weil ich immer so gerne Ärztin spiel. Ich weiß aber, was ist denn passiert? Ach, meine Nase hat geblutet. Oh Gott, Liebes, wieso hast du denn nichts gesagt? Einfach so hat sie angefangen zu bluten. Hm. Oder bist du gefallen? Nein, ich... Hast du dich gestoßen? Also, eigentlich... Ja? Hatte ich nur einen sehr großen Popel in der Nase, den ich dann mit einem Kugelschreiber rausgepult hab und dann... ...hat es irgendwie angefangen zu bluten. Hm. Verstehe. Aber, aber, diese Nachenpflaster stoppen das Blut wirklich gut. Ja, das ist ihre Aufgabe. Was für ein schlaues Kind du doch bist. Danke.